ARD Text im Auftrag von funk Yo Leute an uns von mir zu Star Wars Battlefronts und Sven natürlich Ich spiel Helden gegen die Schurken, wir sind die Schurken Ich bin leider kein Jedi oder kein Schurken halt Gebt dir seelische Unterstützung BOOM Damit du das Gefühl hast in einer Schlacht zu sein Und down, Alter Ok, hier hinten ist ein Fett Ist auch was, hm? So gut ist Das leer Das Abwehr Oh Das soll man nicht in ihrem Ding fahren Kann Schockdoppler werden Oh, der Panzur ist schon down Ja, der ist unser stärkster Mann Ich sehe einfach keinen von den Gegnern Weil schon der Panzur Luke Gegner ist Ah, der ist unser stärkster Gegner Da drüben ist Luke Dem schenke ich grad gut mit allen Weil die machen grad Licht-Chat-Duell Der gleich sollte Luke-Trott sein Wir müssen sie alle vernichten Bring es zu Ende Bei dir Leia Ach Gott Jaja Da hat mich gekillt So Leia ist die letzte Frau Der letzte Mann Idioten! Die Rebellen haben einen unserer Helden eliminiert! Ich habe mich geopfert Nur um Man zu decken Weil Bubba jetzt tot ist Geil Ich darf da jetzt nicht Es! Himmelketer Oh Ich dachte grad schon Baffes gestorben, Alter Ne Ich habe hier Leia mit Faschisten gekrugt Mit Boa Fettwaffe, Alter Ja Ja, ich bin Boba Oh, ich bin Darth Vader Heißt du musst am besten in den Nahkampf verwickeln Immer blocken mit rechts Dann fliegt erst zurück und ich kann den Ü Bist weg Hinten, na? Bist weg, Titten, na? Was bist du? What the fuck? Ich leckte zu hart dort, Leute Als leckt so hart dort, Leute Lütter Alter Wurfveränder fasst mich Wo? Hinter mir Irgendwo Ich hol mir deinen Kopf, Soto. Ich kann nur meine Hand. Eure jämmerliche Gegenwehr ist sinnlos. Ich hab grad fast Luke getötet, er ist fast tot. Ja, Leute, ich weiß auch. Oh, ich hab mir den Lust. Nice, oh, Rakete. Oh, fand ich den Shotgun, Alter. Du bist im Single von den Leuten. Ich hab noch vier Leben. Dann hab, Alter. Ey, ich glaub doch tot. Einer von denen war oben auf dem Schiff. D44. Ah. Ich hab mich nicht schlecht angestellt, ich hab mega lange überlebt und hab richtig viel Schaden gedealt. Imperator bin ich. Bin Sturmtruppler. Ja. Haha. Ich hab' ich... Ah, jetzt hab' ich verköpft. Nichts ist mir schon wieder. Einen Teils. Das ist ein Problem. Ich hab' ich auf dem Schiff. Ich ziele Hot Damage, ich ziele richtig Hot Damage. Ich ziele Hot Damage, ich ziele Richtig Hot Damage, Orb Tu. Oh, bitte. Anni ist schon halb tot. Ich hab Anni schon halb getötet, Alter, als normaler Truppler. Du bleibst hoffentlich hinten, ne? Ich bin, ich kämpfe grad mit Darth Vader gegen ihn. Ah, dann heal dich mal, ne? Wo denn? Äh, ja, diese, ja, genau das. Da ist Anni, Anni ist fast tot, ich bin tot. Ich bin noch tot. Darth Vader ist tot, nur noch Kuba. Das ist jetzt euer Ernst. Mega, Damage-Schulter. Gott. Wenn ich wüsste, wo zur Hölle die wären, ne? Aber schau auf die Karte. Solo ist tot. Ich schau an da nach der Karte und die laufen nur den roten Dingern hinterher, aber die drehen sich um mich im Kreis irgendwie. Immer wenn ich irgendwo bin, liegen da nur noch Leichen. Bei dir Leia? Ah, die ist hier. Oh, ich bin zu zählen, mein Gehle. Oh, ich bin zu zählen, mein Gehle. Ach, man, Internet. Alter! Ich bin zu zählen. Ey. Oh, Gott. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! 17 Sekunden bevor es unentschieden gewesen wäre. Oba! Das ist mal hier. Boba ist schon nice. Muss ich einfach irgendwo bedeckt haltend reinhalten eigentlich mit Boba. Best way to fight Boba. So, den ersten hab ich. Das lieb. Achtung hinter dir ne? Wie hinter mir. Ja, unter dem Schiff. Achso, ja. Ich hab andere Problemchen als Luke Skywalker hab ich mich gebettelt. Hab ihm elf Schaden gemacht. Oh, da ist wieder Luke Skywalker. Sponsor ist wieder da. Er will mich haben. Will mich haben! Jetzt, Helden-Pick-Up! Leben! Brauch ich! Dringend! Wie der Luke Skywalker, Alter! Ich glaub, irgendwohin Luke Skywalker kommt. Der jagt dich immer die ganze Zeit. Ein Ziel neutralisiert! Nicht nachlassen jetzt! Ich seh grad einfach nicht mehr. Kein einzigen Gegner. Aber das Gute ist, ich hab'n Leia getötet. Und wenn Leia schon mal weg ist, dann ist das schon mal ne Anfang. Ah, die ist eigentlich immer die wo... Ah, da ist Luke! So kann es nicht weitergehen! Der Imperator ist tot, na toll. Oh Gott, Internet! Yo! Luke! Jetzt! Junge! Jetzt! Alter! Es ist unglaublich! Hallo? Spiel? Hallo? Internet? Hallo? Warum? Das waren Solos auf jeden Fall schon fast tot. Ich hab' hier das Problem, dass ich die ganze Zeit alleine gegen Luke... Sie durften nicht entkommen! Vernichtert Sie! Er ist nämlich immer noch mit mir hier am Fracht. Was da? Oben. Oben am Frachter. Also wenn du ein bisschen Luke Battles haben willst, dann musst du auf den Frachter kommen. Ja, ich hab' hier fast getötet. Er ist das tot! Er rind weg! Er ist vorbei! Zielschuss, äh... Ja, ich hab' ihn so geil gegeben, da oben. Ich bin die ganze Zeit rückwärts geflogen und hab' ihn einfach ins Gesicht geschossen. Und ich bin wieder positiv. Ja, äh... Imperiola. Never say never. Okay. Always say never. Never say ever and ever say lonely. So, jetzt von oben. Hol' mal uns. Alter, Lea ist einfach schon halbtot. Markus. Hier. Da ist... Han Solo. Wo ist's hier? Bei mir. Einfach im Schiff. Ich bin tot. Er hat mich gekillt einfach mal eiskalt. Dafür hab' ich ihn. Ein Problem weniger, aber wir müssen sie alle vernichten. Also, vorwärts! Nur Lea da unten. Die hat auch quasi nichts mehr. Und das ist hier... Sie ist die letzte. Ich war einfach plötzlich... Wie umgedreht, Alter. Ich bin einfach kein einziges mehr gestorben gerade in der Runde und trotzdem Kills gemacht. Und Lea, Vega eingeschenkt. Imperiola, stumm, blablabla. Yeah. Und ich bin den Palpatine. Mal schauen, ob ich den noch spielen kann. Wir müssen wissen, dass die Rebellen den Imperator oder Lord Vader attackieren. Dasselbe gilt für Boba Fett. Also tun, was zu tun ist. Ich bin eigentlich nur derjenige, der hinter den anderen Helden stehen bleibt. Bei Vader. Wo ist'n Vader hingerannt? Da rechts. Wo ist'n Vader jetzt hin? Ja. Boah. Los, Carver, komm. Ich tue'n los. Aber Tagger ist so'n Drecksmixer. Ich tue'n los. 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 Allmächtig hab' ich grad' gesagt. Also, versuch'n mich, mich zu töten. Ich hab' noch volles Leben, you bitches. Ich hab' da's Flug. Wo? Da vor dir. Hier? Ich glaub' schon. Ich hab' mich noch volles Leben, dann sollte ich den packen, eigentlich. da hinten fliegt das bober, oh bober ist tot da ist er erledigt ja ich hab einfach gerade ne und stopper wirkliches streak boah ich war so gut ja da könnte ich jetzt gut absahnen alter, was geht mit dem ab? ich schicke weiter jetzt weil der dreckswegsam hättest in dem Luke Skywalker gehalten der war mega gut ja der ist halt einfach nur mega rumgechirmt und hat die kleinen weggeschlagen aber um ihn zu gewinnen muss er halt die elden töten und das hat er nie geschafft, weil den hab ich immer gerabt äh wie ich bober war, der hatte einfach keine chance gegen mich also dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal das war's für uns, da war's Bild von du lenkst was anderes, bis dann und tschau und das war's für uns, da war's für uns Tschüss